Das Highlight der Woche, endlich wieder Power-Ranking und der SV Werder Bremen geht, natürlich nach oben, nach zwei Siegen. In Folge, wo es hingeht, seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Servus Bremen-Fans, ich bin der Bassi B, Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Ich arbeite ja in der IT und gestern wäre ich fast selber verzweifelt an der IT. Ich habe mir eine neue Webcam gekauft und viel zu teuer eigentlich, dachte, die wird schon gut sein. Dann habe ich die angeschlossen, dann war ich mit dem Bild erstmal komplett entsetzt, wie schlecht das war. Aber dann habe ich gemerkt, mein Mikrofon geht nicht mehr. Die haben technisch nichts miteinander zu tun, aber alle Einstellungen waren weg oder ich habe es jetzt komplett neu einstellen müssen. Alle Einstellungen sind jetzt anders. Trotzdem hört sich das Mikrofon irgendwie an und sagt, naja, es ist ein Graus, aber so ist die Hardware, die ist knüppelhart. Wenn sie mal nicht geht, dann geht sie halt nicht. Aber jetzt hören wir auf mit dem langweiligen privaten Gelaber von mir. Über mir ist die Formtabelle in den letzten vier Spielen und auf der rechten Seite das Power-Ranking vom letzten, vom 30. Spieltag. Werft ihr mal auf beiden Seiten mal einen Blick drauf, gerade über mir, das ist wichtig. Die Formtabelle, da ist Leipzig im ersten, München zweiter, Mainz dritter und Leverkusen nur vierter. Auch spannend. Sokert Heinheim. Offenheim, Wolfsburg, Gladbach. Die sind gefühlt eigentlich schlechter, obwohl 10. Platz ja gar nicht so schlecht ist in der Hinsicht. Bochum, Frankfurt, Dortmund irre. Freiburg, Köln, Darmstadt, Augsburg, Berlin ist da mit Abstand schlechteste. Im Übrigen, ich habe ja vorausgesagt, dass wir, als ich gemerkt habe, dass der März schlecht wird aus SV bei der Bremen Sicht, habe ich ja behauptet, im April holen wir garantiert keinen Punkt maximal ein. Jetzt haben wir sieben Punkte im April geholt. Ich habe auch wirklich gar keine Ahnung. Daher mache ich zweiter mit meinem Power-Ranking über mir. Das ist der letzte Spieltag und ganz drüber die Tabelle auf der rechten Seite. Wie immer das Power-Ranking, das Neue, das ist natürlich jetzt leer. Wir fangen mit Platz 18 an und ich habe mich entschieden auf Berlin. Da kann man jetzt überstreiten, ist jetzt wirklich Berlin oder Gladbach oder Köln letzter. Ich habe mich für Union Berlin entschieden, weil auch die Formtabelle nur einen Punkt geholt hat im April. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Auf Platz 17 ist Gladbach, die sind ja eigentlich genauso schlecht wie Berlin, die es daheim nicht schaffen, Berlin zu schlagen. Und natürlich Köln auf Platz 16. Ich finde, die drei kann man herauswürfeln, wer da jetzt letzter ist. Alle drei haben den Punkt geholt, das ist ja das Verrückte. Trotzdem finde ich, dass sie ganz nach unten gehören. Denn Darmstadt hat zwar verloren, aber nochmal, sie haben den schwächsten Kader von Anfang an gehabt, mit dem geringsten Marktwert, mit hoffentlich auch dem geringsten Gehaltsgefüge. Das weiß ich aber nicht auswendig. Und da haben sie ganz unglücklich gegen Heidenheim verloren. Kann man mal machen daher. Darmstadt auf Platz 15, wird ihnen nichts mehr bringen. Viel Erfolg in Liga 2. Augsburg, ja. Augsburg ist keine schlechte Mannschaft, das habe ich live gesehen. Aber aktuell läuft es nicht rund und haben, wenn man die erste Halbzeit sieht, etwas unglücklich. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, verdient, verloren. Ein tick zu hoch gegen den SV Werder Bremen. Daher geht es von 10 runter auf die 14. Hoffenheim wird ein wildes Spiel gegen Bochum, das darf nicht sein. Also ganz ehrlich, ein Hoffenheim mit der Qualität darf nicht gegen Bochum verlieren. Tun sie aber daher von 9 auf die 13. Testi Freiburg stolpert sich irgendwie in das internationale Geschäft. Das sei ihnen gegönnt, aber alle Mannschaften ab Platz 6 und nach unten sind einfach froh gewillt. Freiburg geht runter von 8 auf 12. Bochum macht einen interessanten Satz, auch ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ich war bis Freitagnachmittag ganz klar sicher nach dem Sieg gegen Stuttgart. Der SV Werder Bremen ist durch, der Klassenhalt ist da. Und auf einmal merke ich, Bochum ist 3-0 vorne. Und dann haben sie das noch über die Zeit gerettet mit dem 3-2-Sieg. Und auf einmal hatte ich am Freitagnacht Abstiegsangst wieder. Wahnsinn. Respekt, Bochum. Hätte ich euch nicht erwartet, dass ihr so viele Punkte in der Saison holt. Egal, wie es jetzt am Ende rausgeht. Von 15 auf 11. Jetzt habe ich keinen kurzen Schnitt gebraucht, weil ich einen grünen Frosch im Hals hatte. Baufell, Wolfsburg. Gewinnt auswärts das Spiel, immer wenn es ganz, ganz eng wird, ähnlich wie beim SV Werder Bremen. Dann kommt Wolfsburg und holt sich einen Sieg, der schon ein bisschen dreckig war. Also zumindest vom Verhältnis her 1-0. Hinten, erste Halbzeit, ich glaube auch klar schlechter. Aber dann durch die rote Karte von Freiburg irgendwie, dann durch den Ausgleich und dann spät, glaube ich, hat das 2-1 gemacht. Mit einem Traumtor. Also, es war schon kategorisch dreckig, glaube ich. Aber, ein Win ist ein Win im Abschiedskampf. Da unten drin spielt es keine Rolle, ob man das jetzt verdient oder nicht. Ihr kennt die alte Leier. Wolfsburg gewinnt von zwei Teams, die meiner Meinung nach trotzdem enttäuschen. Egal, auf welchem Platz Freiburg ist. Und Wolfsburg geht deswegen von 13 auf 10 nach oben. Frankfurt verliert, ja, was soll ich zu Frankfurt sagen? Ein talentierter Haufen, der nicht zusammenpasst. Ich finde, da muss man sich wirklich drüber überlegen, wie muss die Mannschaft zusammengesetzt werden. Und, oder, muss der Trainer raus? Ich finde, so einen YouTube-Kanal über Frankfurt machen, auch wenn ich Frankfurt nicht mag, eigentlich, muss ich sagen, wäre, glaube ich, hochinteressant. Weil, dieser Kader ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, aber passt irgendwie nicht zusammen. Entweder Kader nicht zum Trainer oder Kader untereinander nicht, vielleicht auch beides. Daher, spannend, 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 was da passiert. Sehr viel Talent, wenig Plan. Dortmund. Wahnsinn. Was soll man zu Dortmund sagen? Wir sind im Champions-League-Halbfinale und der Trainer wackelt jetzt doch wieder auf einmal, weil sie deutlich gegen Leipzig verlieren. Mit 4 zu 1, darum geht es drei Plätze runter. Hätte fast geklappt mit 4, von 5 auf 8 nach unten. Naja, Dortmund, ich wünsche euch viel Erfolg. Morgen, heute ist Dienstag, als ich das drehe. Mal gucken, was wird. Im Halbfinale, Champions-League. Apropos Champions-League. Das ist, was Heinen. Heinenheim spielt für sie eine Champions-League-Saison, muss man sagen. 37 Punkte gewinnen, in Darmstadt haben im Prinzip alle Abstiegssorgen damit weg. Schon, oder? Mit 37 steigt man nicht mal ab. Bitte, bitte. Brutal stark. Kann ich nur meinen schrägen Hut ziehen. Von 12 auf 7, Heinenheim vollkommen. Zurecht. Vielleicht ist der Sprung ein bisschen zu hoch, aber hier geht es ja am Schluss um erstmal weiter Bremen. Darum. Ich rieche Europa im Daumen. Sind wir auf Platz 6. Mainz spielt nur unentschieden gegen Köln. War aber, so wie ich das Zusammenfassung gesehen habe, am Anfang die bessere Mannschaft. Kann da auch das zweite Tor machen. Johnny Burkhardt, schöner Diagonal, aber nimmt einen Super-Bahn mit dem ersten Touch und dann haut er den drüber. Wenn das das 2-0 macht, ich glaube, dann ist Köln abgestiegen. Aber er macht es nicht. Dennoch finde ich es stark. Und vorne haben wir wirklich viele verloren. Also in diesem Power-Ranking, die jetzt im letzten Spieltag vorne waren. Jaja. Jetzt werde ich ein bisschen kurios, aber ich ziehe es durch. Mainz wird mit einem Unentschieden gegen Köln zwei Plätze nach oben. So ist das manchmal. Von 7 auf 5. Glückwunsch. Stuttgart. Ja, Stuttgart war stark. Stuttgart hätte sogar fast verdient, hier vielleicht sogar nach oben zu gehen. Aber am Ende des Tages ist es seit Leverkusen der Papa ist der Papa. Schlägt auch mal am Schluss zu. Und daher bleibt Stuttgart bei mir auf vier Wallen. Letzte Woche haben sie verloren. Zwei Spiele, ein Punkt. Da darf er nicht weiter nach oben. Der FC Bayern München gewinnt ohne Glanz und Gloria ihre Spiele. 2-1, dem Bayern wird es egal sein. Dem Hoeneß vielleicht nicht, aber das darf uns egal sein. Der FC Bayern München bleibt auf drei meinem Power-Ranking. Und auf Platz zwei ist Leipzig. Natürlich könnte man sagen, Leverkusen gewinnt jetzt gar nicht mehr so die Spiele und so. Aber Leipzig gewinnt deutlich. Darum sind sie manchmal noch aktuell besser wie München und Stuttgart. Wer Dortmund so klar schlägt, soll auf der Zwei bleiben. Da bleibe ich dabei. Aber Leverkusen, solange die kein Spiel verlieren, werden die auf eins bleiben. Das sage ich voraus, weil sie sind einfach die beste Mannschaft. Und das ist ein Lauf. Die haben aktuell ein Selbstvertrauen. Wir können eh nichts mehr verlieren. Absolut irre. Langweilig, aber irre. Mal schauen, wie lange die diesen Lauf in die Opti, die auch diesen Lauf in die nächste Saison rüberbringen können. Weil dann könnten wir eine der spannendsten Bundesliga-Saisons in den letzten Jahren bekommen. Das ist die letzte Grafik für heute in meinem tollen Power-Ranking. Wie immer sind jetzt alle Mannschaften farblich markiert. Die schwarze Farbe bedeutet, hat sich nichts zur Vorwoche verändert. Rot ist natürlich nach unten. Und SV Werder Bremen Grün heißt natürlich hoch Europa. Ihr wisst, was jetzt gleich kommt. Daher schon mal die Stimme ein bisschen massieren. La 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 la, etwas einstimmen. Denn nach meinem schönen Satz hier kommt der Banger. Zehn Sekunden absolute Grammy Award Winning Musikmaterial, würde ich sagen. Aber vorher noch die Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mein Power-Ranking. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti B. Bremen-Fan aus Bayern. Und darum auch zur Verabschiedung. Kein Tschüss, kein Moins, sondern ein gesungenes Servus. Das ist die B-Bremen-Fan aus Bayern. Werder Bremen, Werder Bremen. SV Werder Bremen. Basti B-Bremen-Fan.